Why is the power of bacon? Mythos Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate. Für viele die Low Carb ablehnen oder irgendwas dagegen haben, ist das öfters mal ein Argument, um zu behaupten, dass die Kohlenhydrate ja unbedingt nötig sind für den Körper, um eben die Fettverbrennung überhaupt im Gang zu halten. Ohne Kohlenhydrate würde es nicht funktionieren, dass Fett eben verbrannt wird. Schauen wir uns mal so ein bisschen an, was dahinter steckt. Ich gehe nicht zu sehr ins Detail, weil das ist doch schon ziemlich kompliziert, wenn man sich den Krebszyklus oder Zitratzyklus, wie man ihn auch nennen möchte, detailliert anschaut. Wir schauen uns aber mal an, wie das Ganze eben zusammenhängt. Es gibt viele Sachen, wenn man mal so sucht in irgendwelchen Foren, gerade hier Netzathleten zum Beispiel, wird immer wieder behauptet, die Fette verbrennen gewissermaßen im Feuer der Kohlenhydrate. Ohne Kohlenhydrate läuft im aeroben Stoffwechsel nicht viel. Das kennst du vielleicht unter dem Namen Hungerast. Sind die Kohlenhydrate aufgebraucht, kommt es zu einem rapiden Leistungsabfall. Tja, das ist natürlich blöde. Wenn wir jetzt ketogen laufen oder gar keine Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann wäre es ja theoretisch so, dass wir überhaupt nicht mehr leben könnten. Also wenn wir null Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann müssten wir eigentlich sterben, weil wir den ganzen Tag über in der Fettverbrennung laufen. Und dementsprechend würde das ja überhaupt nicht funktionieren. Also wie kann der Körper das überleben? Wie konnte ich meinen Marathon in Ketose überleben, ohne Kohlenhydrate in mir zu haben? Und wie funktioniert das dann? Das schauen wir uns heute eben an. Es gibt viele Seiten, auf denen dieser Mythos eben so steht oder so ähnlich steht. Erstmal schauen wir uns mal an, die Fettverbrennung, wie funktioniert die überhaupt? Die unterscheidet sich natürlich von der Kohlenhydratverbrennung und von der Proteinverbrennung. Und Fette gibt es natürlich in verschiedenen Formen. Die werden dann auch unterschiedlich verarbeitet. Aber im Prinzip haben sie alle was gemeinsam. Und zwar, dass sie eben die Fette zu Acetyl-Co-Enzym umgewandelt werden. Es gibt andere Stoffe, wie zum Beispiel Ketonkörper oder Aminosäuren, die eben auch umgewandelt werden können. Und Acetyl-Co-Enzym ist dann quasi der Ausgangsstoff, der später im Krebszyklus dann umgewandelt werden kann zu Energie, zu ATP, was von den Muskeln dann genutzt werden kann. Also, so grob gesagt kann man sagen, eine relativ universelle Energiequelle, die eben mit Sauerstoff verbrannt wird. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze weiter aussieht. Was kann Acetyl-Co-Enzym noch? Es kann zum Beispiel auch wieder zurück umgewandelt werden. Es kann in Ketonkörper umgewandelt werden. Cholesterinsynthese, Fettsäuresynthese. Also, eine ziemlich tolle Sache, weil man damit alles in alles quasi umwandeln kann. Und dementsprechend hat man viele verschiedene Energiequellen zur Verfügung und ist auch wichtig für andere Stoffwechselvorgänge im Körper. Aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich wollte euch nur zeigen, was das Ding so alles kann. Wenn wir uns mal angucken, wie denn der Krebszyklus, der Citratzyklus aussieht, dann ist es so, dass wir mit Sauerstoff, ohne, ja, also ohne Sauerstoff würden die Kohlenhydrate quasi direkt zu Laktat verbrannt. Das kennt man, wenn es dann dicke Beine gibt, wenn so viel Laktat dann im ganzen Körper ist. Mit Citratzyklus, mit Sauerstoff wird das Ganze eben hier reingepumpt. Dann gibt es dann eben Sauerstoff mit rein. Das Ganze durchläuft so einen richtigen Kreislauf, der ziemlich kompliziert ist. Kohlendioxid wird dann ausgeschieden, was ihr dann wieder abatmet. Und verbrannt werden können verschiedene Sachen. Proteine, Fettsäuren, Kohlenhydrate. Die Fettsäuren, wie gesagt, werden über Acetyl-Co-Enzym verbrannt, genauso wie die Aminosäuren. Kohlenhydrate hingegen können auch darüber verbrannt werden. Kann aber auch in Pyruvat als Energieträger dann eben bereitgestellt werden. Wie kommt man jetzt darauf, dass Kohlenhydrate eben so wichtig dafür sind? Zum einen, weil man hier sieht, dass Pyruvat anscheinend gebraucht wird, um diesen Kreislauf in Gang zu halten. Ohne Pyruvat würde das Ganze hier nicht laufen. Schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter an. Sieht ein bisschen wild aus, ich weiß. Aber wenn wir uns das mal hier anschauen, Pyruvat sieht man hier oben, wird eben benötigt, um Oxal-Essigsäure hier in den Kreislauf einzuschleusen. Und das ist nötig, um diesen ganzen Kreislauf in Schwung zu halten. Ohne diese Oxal-Essigsäure, ohne Pyruvat, also würde das Ganze nicht funktionieren. Und wir könnten dann auch keine fette über Acetyl-Co-Enzym hier verbrennen. Dann würde das ganze Ding eben zum Erliegen kommen. Also könnte man jetzt natürlich sagen, braucht man auf jeden Fall Pyruvat. Woher kommt das Pyruvat? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Und zwar, wenn man mal den Weg zurück geht, kommt es aus der Glucose, nicht aus dem Fett. Und jetzt kann man natürlich die Schlussfolgerung ziehen, dass eben für die Oxal-Essigsäure das Pyruvat benötigt wird. Und das Pyruvat wird aus der Glucose hergestellt. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass Glucose unbedingt nötig ist, um diesen kompletten Kreislauf am Laufen zu halten. Wir reden hier auch nicht darüber, über irgendwelche mega großen Mengen, weil die Mengen, die man hier dann am Ende wirklich auch dafür braucht, sind so verschwindend gering, dass wir da sowieso die ganze Zeit ohne Probleme die Glucose sowieso in unserem Körper haben. Also da wirklich einen Hungerast zu bekommen, weil hier nicht mehr genug Glucose vorhanden wäre oder Oxal-Essigsäure, das ist schon ziemlich großer Humbug. Aber der große Punkt bei der ganzen Sache, ihr seht hier so ein schönes blaues Feld, da gibt es vielleicht noch was anderes. Und das ist Glycerol. Hm, interessant. Also hier kann man auch Pyruvat daraus gewinnen. Und Glycerol entsteht bei der Verarbeitung der Fette zu energiereichen Substraten, fällt das an und kann entsprechend auch zu Pyruvat umgewandelt werden. Und zu Oxal-Essigsäure, die dann benötigt wird. Kohlenhydrate sind dann natürlich nicht mehr nötig. Und umso mehr unsere Fettverbrennung funktioniert, umso mehr Glycerol fällt natürlich auch automatisch an, was dann eben umgewandelt wird in Pyruvat und dann zur Oxal-Essigsäure, was sich selbst in dem Kreislauf am Laufen hält. Und nicht nur das, wir können natürlich auch durch Gluconeogenese rein theoretisch andere Stoffe eben umwandeln und zurückgewinnen. Aber Glycerol ist eben hier ein weiterer Energiestoff, der genutzt werden kann. Bedeutet am Ende, Fett verbrennt im Vorjahr von Oxal-Essigsäure und nicht von Kohlenhydraten. Also Kohlenhydrate sind leider immer noch nicht nötig, um auch die Fettverbrennung am Laufen zu halten. Das funktioniert von ganz alleine, mal abgesehen davon, dass wir davon sowieso nicht die großen Mengen brauchen. Und alleine das dann, was durch die Gluconeogenese noch anfällt, was dann durch die Rückgewinnung von Laktat oder Pyruvat eben durch die Gluconeogenese dann noch zur Verfügung steht, wäre das ganze System immer noch ein Selbstläufer. Und die Fettverbrennung läuft immer weiter, auch ohne Kohlenhydrate. So viel dazu zu diesem Video. Wenn euch das weitergebracht hat, wenn das nicht zu kompliziert war, dann schreibt es doch mal unten rein, ob das so verständlich war oder ob das noch ein bisschen einfacher gemacht werden muss. Oder ob ihr das so verstanden habt. Das ist wichtig für mich, damit ich weiß, ob ich da vielleicht nochmal an einigen Punkten noch tiefer ins Detail gehen muss oder nicht. Oder ob das eigentlich so reicht, so eine kleine Übersicht zu haben. Weil ich denke mal, klar geworden ist es. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn euch jemand sowas sagt, Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate, dann schickt ihm einfach dieses Video. Und selbst wenn Kohlenhydrate unbedingt benötigt werden, würde der Körper in der Lage sein, diese geringe Menge ohne Probleme bereitzustellen. Von daher können wir auch einen Marathon laufen, voll in der Fettverbrennung, ohne irgendwelche Kohlenhydrate uns zuführen zu müssen. Dementsprechend, ich bin raus und Daumen nach oben, eure Kommentare unten rein und bis dann. Wenn du noch weitere Informationen brauchst oder noch Fragen hast, dann schau doch erstmal auf lowcarbsport.de vorbei. Dort findest du nämlich eine übersichtliche Map, in der alle wichtigen Artikel oder Videos von mir verlinkt sind zu verschiedenen Themenbereichen. Dort findest du ganz schnell das, wonach du suchst. Ansonsten findest du auf der Seite auch noch direkt ein paar Informationen und neuere Sachen zu den Studien. Andere Sachen, die ich noch nicht im Video behandelt habe. Und kannst dich auch mit anderen Leuten, die sich ketogen ernähren, austauschen im Forum oder eben auch im Chat. Weiterhin gibt es natürlich hier auch mein Buch zu kaufen oder die Excel-Tabelle und weitere Informationen zum Herunterladen und verschiedene Kurse. Also schau einfach hier vorbei, wenn du etwas wissen möchtest. Eventuell steht deine Antwort schon in einer dieser Videos. Wnis店 WUSS WUSS WUSS